Die grünen Rennen fahren immer was Besonderes kann ich. Wir sehen ja jetzt bald wieder, oder? Ja genau. Und weißt du, was das Beste dran ist? Die Schnurzkopf. Hast du das schon einmal gemacht? Nein, aber beim Worker-Best kenne ich mich aus. Hm, da bin ich ja gespannt. Am Start viel Schwung aufbauen. Dann nach dem ersten Stall haben wir das schon gut gehen lassen. Wie den Teig. Flink in den Beinen, die Fülle mit Sparnatur pur verfeinern. Beim Ausrollen geht es um Gewicht und Kraft für eine gute Teilzeit im nächsten Abstand. Oder gute Technik. Mensch Hund reichmessig mitnehmen über die Kameppe. Und... Tizzi hat es gemacht. Schwierige Massage. Mit den Knien gut mitfedern auf den Wellen der Just Like Me sein. Gas geben vor dem Ziel. Tempo, Tempo, Tempo. Und den Sieg genießen. Tizzi, gratuliere. Gut hast du das gemacht. Danke. Danke. Wie in Köd. Mit Ben. Mit Ben. Mit Ben. Mit Ben. Mit Ben.